Willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1, und zwar Rush. Wir rushen gleich auf B. Herzlich Willkommen. In der Wüste. Suez. Ja, ist schon der Atellerie-Schlag hier. Ich glaube, die Map wird ganz schön ekelhaft. Ja. Weil hier snipen wahrscheinlich alle. Ich sehe es jetzt schon. Wow, sind da viele. Alter, ich sehe es richtig. Komm, einfach mal eine Granate vor. Oh mein, ach, jetzt wollte ich gerade weglaufen. Ja, wie dieses Matip. Nee, natürlich. Oh, da ist ein Sanitäter. Sanitäter. Ich robbe mich mal, ich robbe mich mal zu B. Ich versuche echt heimlich vorzugehen. Und ich werde jetzt schon angefickt. Und tot. Scharfschütze. Es war so klar, von ewig zu weit weg. Der kämpft da einfach bloß und guckt da hin. Mehr macht der nicht. Ich habe mich da nur hingerobbt. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Das ist ekelhaft. Die snipen alle bloß. Na ja, auf der Karte. Da wären panzerfrei. Na, hol ihn dir. Okay. Ungewohnt. Dass er direkter panzerfrei ist. Da ist ein anderer Panzer. Schau mal, ob ich den treffe. Nee, ein Stückchen höher. Nee, noch ein Stückchen höher. Noch ein Stückchen höher. Ich habe B eingenebelt. Oh, ich treffe den Panzer von hier aus. Das ist cool. Feind getroffen. Ich habe viele Kraft scharf gemacht, oder? Schön. Ich beschädige mal den Panzer da. Ja, die Diffusion. Die laufen hin. Das müsste was machen. Er läuft hin. Jawohl, Panzer zerstört. Schieß hin, schieß hin. Ich bin ewig zu weit weg, Alter. Oh, wirst du denn? Ach, da. Ich habe den Panzer von hier aus zerstört. Ah, fuck. Jetzt habe ich kein Präparaturzeug dabei. Von der ganzen da hinten. Ja, ich habe von hier aus dem Panzer zerstört. Krass. Nice. Der Panzer ist ja auch für Kacke. Das sind so viele Scharfschützen. Ich glaube, ich fahre mal direkt zu den Scharfschützen. Mit der Schrotmonie. Damit ich die mal ein bisschen weg katapultiere hier. Oh, Halt. Ach, scheiße. Jetzt ist der schon weg. Ja, genau. Selbst da mache ich nicht mal vollen Schaden. So viele Granaten. Heftig. Wie viele Granaten gerade sind. Ich habe einen HP. Ich habe gerade einen HP mit dem Panzer. Weißt du, das ist einmal, wenn die einmal eine Kette treffen, ne? Da bist du... Ey, diese Snipe, die gehen wir hier jetzt schon so... Ach, das war gar nicht mehr. Das war ein Hellriegel. Aber wenn du dich einmal nicht mehr bewegen kannst, bist du so am Arsch. Das ist echt heftig. Ach, das ist eigentlich... Oh! Headshot. Warum, warum, warum stübt? Das hat nicht. Das ist schon ein Scheiss Headshot. A oder B? Ich versuch mal A, weil... Obwohl B... B ist ein bisschen saver. Aber diese Gasgranaten, die ficken mich so, Alter. Ich krieg ne Krise. Weil da ist der Heavy-Typ. Ey, wieso tötet den keiner? Wollt ihr mich für scheiß an, oder wat? Mein Gott. Ich will, ich will scharf machen. Ich will scharf machen. Ey, das sind zwei Panzerfeuer. Nice. Ich mach B scharf. Jawoll. Ja, ich hab die Medaille. Nice. Geil. Gut. Und ich bin an Gas. Ich sterb so oft an diesem verficken Gas, weil ich das erstmal gar nicht realisiere, dass da Gas ist. So, ich tu mal schnell die Medaille ändern, weil ich die ja jetzt habe. Dann nehm ich schnell das da und kümmere mich um die Pan... ...pa. Uah. Ja, genau. Und ich messer wieder und nichts passiert. Ich mach denen nur 38 Schaden oder sowas. Hab ich nicht genau gesehen. Aber bei mir ist immer die Animation, wenn mich jemand messert. Immer. Direkte Animation. Direkter Tod. Und jedes Mal piekse ich jemanden oder streife ich oder was weiß ich. Aber es zählt nie. Ich finde, das ist die größte Frechheit ever, Mann. Da war irgendwo ein Panzer. Wo war der? Ja, da hinten ist er. Wo der hinten? Ich seh keinen. Ich bin eigentlich behindert, oder? Ich seh keinen. Kannst du den markieren oder so? Ich schieße drauf, aber... Hey, das gibt's nicht. Die Scharfschützen, die fucken mich so ab. Sobald du einmal kurz nicht krabbelst und kurz aufsteigst um zu gucken, wo der Panzer ist. Ich weiß, dass er irgendwo hier war. Mehr hab ich nicht gesehen. Der ist bei diesem Gleißen. Ja, da war ich die ganze Zeit, aber... Bei... Bei... Bei A. Ja, ich weiß. Ich weiß ja... Ach, da, jetzt... Jetzt seh ich ihn. Er fährt weg. Scheiße. Ach, jetzt hab ich falsch genebelt. Ja, fick dich, Alter. Der Panzer... Der sickt mich aus so einer Erfernung. Oh mein Gott, die scheiß Scharfschützen auf dieser Map! Du kannst nichts machen! Sobald er einmal irgendwo ab... Einmal schießt oder was weiß ich... Piu! Tot! Gut! Oh mein Gott, diese Schausschützen! Der fuckt mich so ab. Die ganzen kleinen fucking Camper. Reanimier mich halt, bevor du Schafen machst, hm? Zwei Meter von mir ist der entfernt. Der krabbelt dort und reanimiert mich nicht. Der ist auch behindert, oder? Hallo, Sunny! Was ist denn das für ein Spast? Jetzt brennt er. Jetzt schmeißt er ein Medic-Kit? Der ist auch so doof. Jetzt ist er tot. Ich fasse es einfach nicht. Ey, Spasten gibt's auf dieser Welt. Nee. Bist du eigentlich im Artillerie-Fahrzeug? Ja, ich räum da ganz gut auf. Was ist das jetzt für eine KD? 13-2 fassen. Du machst es dir echt leicht, ne? Du findest immer den leichtesten Weg. Ja, wenn ich grad das so frei hab, macht das schon Spaß. Wenn's diese Scheiß-Kopftreffer nicht zählen, dann mach ich's halt gut. 14. 14. 146. Huheh rich. 15. 14. 14ซ êtess. 13 Was? Der guckt kurz raus, geht hinter Deckung und der schießt mich? Und dann kommt er wieder raus? Hä? Ich hab mich so schön vorgearbeitet. Und ich kann nirgendwo spawnen, weil die ganze Zeit unser komplettes Quad tot ist. Und du in diesem Drecksfahrzeug sitzt, wo man nicht spawnen kann. Das fuckt mich so ab, dass ich nicht bei dir spawnen kann. Genau auf der anderen Seite wollte ich spawnen. Genau auf der anderen Seite. Weil da schießt ein Fahrzeug irgendwie. Ja. Auf dich. Ich muss grad drüber rühren. Diese Schasch! Willst du mich scheiß haben? Artillerie, ernsthaft? Der hat mich grad mit... Aus der Entfernung ein Schuss? Hä? Ich fühl mich grad so gedisst. Ja. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärfen. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich will den Panzer down machen. Sind die Sprengsätze jetzt mittlerweile so egal? Ich geh voll auf den Panzer jetzt, ne? Was? Wieso erwisch ich den nicht? Weißt du, was richtig geil ist? Ja, ich guck ganz kurz raus und der weiß sofort, dass ich da bin. Weißt du, was richtig geil ist? Deine Typ hat geschrieben Skull, du fucking Noob, ne? Ja. Rat mal, wer ich mit dem Nahkampf rausgenommen hab. Oh nein. Doch. Oh, das ist so schön. Der befreit dieses... Nein! Nein! Und ich lauf mit einer Granate um die Ecke. Oh, ich hab grad nur Pech. Es ist wieder so meine Pechsträhne. Wieder. Dass nichts läuft wie geplant. Und ich nie irgendwo spawnen kann. Nie! Was ist mit euch? Ganze Squad tot. Ja, ich bin auch grad verreckt. Ich darf nicht sterben, oder? Weil sonst muss ich die... Oh ja, endlich. Spawne ich mal auf der Seite. Wo ist dieses Fick-Auto? Wo ist dieser Fick-Panzer? Da ist der scheiß Scharfschützer oder was auch immer. Ja, ich seh's doch nicht gekommen. Oh mein Gott. Dieser Fick-Panzer. Echt. Ich... Ich komm nicht an ihn ran. Ich komm nicht an ihn ran, ohne zu sterben. Egal wo ich mich verstecke. Egal wo ich raus... Der guckt zufälligerweise dorthin. Zufälligerweise. Sprengsatz. Ein Einsatzziel. Wer hat ihn platziert? Oh. Ich versuche mal, den Panzer von hinten zu kastrieren. Ich denke mal, da guckt keiner hin. Der Fall ist in der Einsatz von Einsatzziel Bertha entschärft. Das gibt's ja nicht. Ja, ausgeschaltet. Sehr gut. Dann kann man jetzt... Lol. Aber wie ich keinen töte, ne? Das gibt's nicht. Der ist immer noch in dem Fahrzeug drin. Und ich hatte nichts mehr. Ich hab alle meine... Ich hab alle drei Granaten getroffen. Und alle meine drei Schüsse von dem... Nein! Von der Panzerabwehr. Ich hab's noch gemacht. Oh. Gott sei Dank. Wie kann das dann sein, bitte? Dass der nicht down ist, komplett. Echt, der Panzer ist noch da. Den letzten Sliv haben sie nicht geschafft zu töten. Der hat sich komplett wieder regeneriert. Ist es dein Ernst? Nein! Waffe deaktiviert. Ich hab grad drauf geschossen. Der andere schießt drauf. Ich leg mich hin. Er rennt weg. Ich werd weggebumst. Ficken halt. Ich hab so Pech. Der Typ, der hat so einen Luck, dass der im Panzer geblieben ist. Leck mich fett, Alter. Nein! Und jetzt werd ich im Nahkampf rausgenommen. Zufällig. Ich laufs morgen. Ich geh rennen. Oh, der rennt! Der Panzerfahrer, der hat... Der gegnerische Panzerfahrer, der hat nur Luck. Ich hab den mal so kurz und dann sterbe ich. Und kein anderer kümmert sich um den Fick-Panzer. Dass er sich wieder voll heilen kann. Ich versuch mit dem Berser drauf zu schießen, aber ich hab halt nichts. Oh nein! Nein! Ja, Waffe deaktiviert. Jetzt hab ich die Waffe deaktiviert. Der brennt wie Hölle. Ich mach den Hit den nur an und die ganze Zeit... Kein Mensch kümmert sich um den. Ich hab zweimal die Waffe deaktiviert. Ja, irgendwie. Was macht unser Team eigentlich? Der Panzer steht da voll auf der offenen Fläche. Wenn ich den fahren würde, ich wär sofort tot. Wenn der Panzer weg wäre, wäre um alles ein bisschen einfacher. Beschädigt. Ja, das war klar. Ich... Was? Das gibt's nicht. Ich hitte... Wie viel hab ich den jetzt schon angehittet? Das juckt kein Menschen. Immer wenn ich sterbe, repariert er sich vollkommen wieder. Ja, irgendwie bist du der einzige Sturm, der... Oh, man legt mich. Das juckt keinen, dass da ein Panzer ist. Das juckt keinen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben beide Einsatzziele erobert. Wartet bis die feindliche Artillerie das Feuer einstellt. Da ist immer auch jemand, der den Panzer... Ausgeschaltet. Ich hab ihn jetzt mit Mörser ja wohl. Killhilfe. Wer hat den jetzt gekillt? Der... Der Senan. Der Senan. Ja, endlich. Aber ich hab ihn ausgeschaltet. Das heißt, wieder... Wieder für die... Äh... Medaille. Das ist geil. Alter, das war jetzt ein Kampf. Ja, da... Das Problem war, da waren immer ein, zwei Leute, die den Panzer von außen repariert haben. Ich hab immer versucht, mit dem Mörser da irgendwas zu machen. Schon wieder Headshot und Headshot und Headshot und irgendwie... Brauch Leben. Brauch Leben. Brauch Leben. Alter. Artillerieschlag. Weg. Genau, uns beide hat's erwischt. Nur uns beide hat's erwischt. Wir waren in der Gruppe von 500 dringestanden und uns beiden erwischt es. Jawohl. Also, der Panzer hat mir jetzt echt viele Leben gekostet, ne? 5,14. Dann war ich immer zum Panzer. Ich hab nichts anderes gemacht. Ich bin voll auf den Panzer gegangen. Ja, ist eigentlich gut so, aber wenn du's halt allein machst, dann kann ein einziger Fünder, der dir hilft. Kein anderer Stummsoldat, oder so. Weiß nicht, jetzt Maschinengewehr. Ich muss mal nachladen. Ich glaub, da ist ein Flammenwehr-Typ, kann das sein? Ja, oder was, ja. Oh mein Gott, der kann durch die... Der kann durch die Wand einfach mit Flammenwehr verhalten. Ernsthaft? Mhm. Der ist im Gebäude und tut gegen die Wand einfach in Richtung... Geil. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich werf den Granater auf! Pass! Ah. Irgendwer verbindet er vielleicht? Oh, der ist Sunny. Renn da einfach durch und holst alles nieder. Komm, Sunny, 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 lauf halt nicht. Ich will nie irgendwo spawnen. Ja doch, bitte, 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 bitte werd jetzt nicht beschossen. Ach, danke. Nein, da ist der. Vergiss das, Alter. Nein, lass mich den töten! Nein! Boah, jetzt muss ich was trinken. Das war jetzt, das war heftig. Mein Hals tut jetzt voll weh. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ich, das, also jetzt, aber, ich weiß nicht. Das macht schon irgendwie, momentan ein bisschen, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das macht schon Bock hier, aber du schreist ganz schön. Ja, grad, das ist aber irgendwie, weil ich grad wieder ne Pechphase hab. Weißt du? Ah. B ist gleich weg. Ah, hab ich verteidigt. Jawohl. Nein! Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht, ey. Pech. Alter. Er läuft bei mir vorbei und killt dich anstatt... Oh, oh. Sorry, aber das ist... Ich hasse mein Leben. Oh, scheiße, ey. Läuft auf mich zu. Was stehst du neben mir? Ich hasse mein Leben. Das war's geil. Fand ich nicht. Oh, sorry. Ich hasse es so. Oh, herrlich. Da, feindlicher Wachposten. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatzziel Albert entschärft. Hier, hinterher. Ja, hallo. Der holt mich wieder mit einem Schuss weg. Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Was ist das? Scheiß Scharfschütze. Boah, aber die Orte, also bei der Map, ne? Das ist schon ekelhaft, ne? So offen. Kann ich bei dir bitte spawnen? Lässt du das bitte zu? Oder bist du gerade am verrecken? Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Ach, ich spawne einfach beim anderen. Wenn du nicht pfisst. Boah. Nein, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Einmal ne Kanate reinpfeffern. Ich hab da jemand betroffen. So, stark. Dann setz ich die gleich nach. Und in diese Richtung einfach mal rein. Nein. Der Fette wieder. Oh mein Gott. Und wieder durch ein Scharfschütze. Alter, die Runde ist echt anstrengend. Ja, irgendwie. Komm schon jetzt. Ich mag bei dir spawnen. Komm schon. Ist das ein Panzer oder wäre ein gegnerisches Fahrzeug? Bitte defuse nochmal. Ich mag ein bisschen auf gegnerisches Fahrzeug schießen. Das wäre voll nice. Ich will meine Granaten noch loswerden. Bevor wir fertig sind. Boah, nee. Ich hab keinen Bock mehr nochmal zu sterben. Die haben's defused. Ah. Oh mein Gott. Die haben's echt noch defused. Dein Ernst? Jetzt hab ich alle meine Granaten alles weggeschossen. Scheiße. Oh mein Gott. Ist das ein Fahrzeug jetzt? Ist der jetzt ein Fahrzeug oder ist der kein Fahrzeug? Ähm. Hallo? Bitte bleib am Leben. Vier. Drei. Drei. Neunz. Ja. Nein, was? Ich bin hinterm Hügel. Wie kann der mich da treffen, Mann? Das ist so unlogisch. Weiß nicht. Krabbel extra hinterm Hügel. Weiß nicht. Ich würde ja nicht sagen, wenn da plötzlich alles explodiert, weil er draufballert. Aber das da plötzlich dann... Ich kann dir Dinge geben. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist noch irgendein Gegner? Oh mein Gott. Ich hab sie nicht zu weit geworfen. Dein Scheißernst. Oh mein Gott. Das ist nicht dein fucking Ernst. Der Typ, der hat so Lack. Das ist unfassbar. Nein, 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 nein. Ich spawne und werde immer ein. Und dann hab ich die Panzerbüchse in der Hand. Die campen sich alle nur noch in diese verfickte Ecke. Ich glaub, du brauchst hier eine echte Schotze. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich das. Ich muss Leute mit dem Kopftreffer killen und nicht nur eigentlich machen. Oh mein Gott. Ich bin ein Idiot. Oh shit. Ey, das gibt's doch nicht, dass ich die nicht mal angehittet hab. Der ist direkt hinter mir gewesen. Wie die alle da nur rumlungern. Ich verstehe es. Wenn du da Granaten rein spammst, du erwischst mich einmal jemanden. Aber wenn du rein rennst, sind da überall Gegner. Danke, dass du es mir gesagt hast. Den hab ich noch gekillt. Meine Güte ey. Das möchte ich aber trotzdem noch. Oh nein, ich spawne beim Fallschirm. Oh nein, ich möchte da nicht hin. Ich möchte da nicht hin. Ich möchte da nicht hin. Nein, Hilfe, 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 Hilfe. Mein Gott, okay. Ja, das ist ein Sniper. Boah, ich hab noch einen Kill gemacht. Uh, 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 uh. Jawohl. Alter, ich hab 8,24 nur wegen diesem Panzer. Oh, Alter. Okay. Ich verstehe dich jetzt, wieso du das nicht aufkriegt hast. Du Arme. Weil egal, was du gemacht hast, egal, aus welcher Ecke du geguckt hast, der hat sofort auf dich geschossen. Immer. Naja, vielleicht wurdest du die ganze Zeit markiert. Und dann immer, wenn, dann bin ich einmal außen rumgelaufen und hab ihn so gesagt, von deren Spawn aus angeschossen. Dann hab ich ihn ja kampfunfähig gemacht. Ich glaub, der hatte 1 HP, ne? Das sind ja auch alle ausgestiegen und weggerannt, aber der Fahrer ist drinnen geblieben, ne? 1 HP. Der hat mich dann noch weggeholzt, ne? Dann spaw nicht, renn da hin, hat der wieder... War der wieder ganz? Alter, ausgeführte Befehle 65. Krass. Ja, danke fürs Zuschauen und... Ja, bis dahin. Ciao.